In dieser Garage starben zwei jungen Männer, die beiden haben eine Karte vorbereitet. Als es ihnen kalt wurde, schalteten sie den Haltfest an. Die beiden jungen Männer sind von der CO-Vergiftung umgekommen, sie hat der Sauerstoff gefehlt, man konnte das nicht riechen, sie haben es selber nicht bemerkt, sie sind schädlich geworden, weil durch CO einfach der Sauerstoff fehlt und die haben es wirklich nicht bemerkt und am nächsten Tag hat man sie leider tot vorgefunden. Deshalb ist ja das Biet von Heizpilzen in geschlossenen Räumen so gefährlich. Bringt ein Heizpilzen an.